Jetzt setzen wir mal die Weedstone Brücke zum Beispiel ein, um nicht irgendwelche Widerstände zu messen, sondern einfach, na eigentlich doch, denn Dehnungsmessstreifen, guckt mal hier wie der funktioniert, habe ich hier erklärt. Das Video wartet hier, wenn ihr auf diese Links klickt, also ihr verpasst nie was. Ich muss das so sagen, ich quassle mir schon mundfußlich deswegen, aber die Leute achten einfach nicht auf die Links. Hier oben scheint ein I da raufklicken und dann sieht man hier entsprechende Links zu den Videos, da muss ich nicht alles zehnmal erklären. Also Dehnungsmessstreifen ist sowas zum Beispiel, das ist ein Widerstand, der ändert sich. Dieses Epsilon ist sozusagen die Änderungsrate, wie doll ändert er sich, wenn er gedehnt oder gestaucht wird. Gut, die Weedstone Brücke, wie sie wirklich funktioniert, hier nochmal nachgucken, die nehme ich zum Messen. So, ich nehme jetzt mal nur einen Dehnungsmessstreifen oder wenn ich hier zum Beispiel ein Thermistor, also das ist so ein Kofferwort, Therm, also von Temperatur und Istor, da haben wir schon wieder einen Widerstand. Okay, also Resistor, da steht dann ein Täter dran, der ist also abhängig von der Temperatur. Ich kann also eine Weedstone Brücke für alles mögliche nehmen, um irgendwas zu messen. Hatte ich aber hier schon erklärt, denkt da dran. Aus dem Datenblatt eines DMS Herstellers habe ich mir mal ganz schnell errechnet, was ungefähr so für Widerstände als DMS eingesetzt werden. Die liegen ungefähr bei 1000 Ohm und maximal werden sie sich so bis, naja, meinetwegen 100 Ohm ändern. Also, das wären dann 1100, aber in der Praxis, das wird ja nicht immer der gesamte Messbereich ausgenutzt. Nehmen wir mal einfach Delta R in der Praxis, also ist 10 Ohm, sodass meinetwegen aus einem 1000 Ohm Widerstand dann entweder 990, wenn er gestaucht wird, oder wenn er gestreckt wird, 1010 Ohm werden. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber wir brauchen es gleich. Jetzt sagen wir mal, ja, okay, wie das Ding funktioniert, ne, denkt an den Link, kann man ja gucken. Was passiert hier? Ich habe hier mal ganz schnell was vorgerechnet. Die Formel, um in solchen Weedstone Brücken irgendwelche Sachen auszurechnen, ist die U0, also die eigentlich zu Nullende Spannung, ergibt sich aus der Betriebsspannung, die ich außen anlege. Und dann, mal, und dann in Klammern, tralala, hier sind immer die Delta R's. Und ich habe jetzt mal nur ein Widerstand, den ich ändere, und zwar ist das R1, deswegen habe ich den mal hellblauer gemacht. Alle anderen lasse ich mal als Festwiderstände. In der Praxis macht man das sogar so, dass man die sich alle ändern lässt und kann da ganz tolle Sachen mit messen, quer, längs, Schubspannungen oder sonst was für Spannungen und so weiter an Bauteilen. Komme ich aber gleich drauf, wie sowas aussieht. Wenn ich diesen ganzen Kram ausgerechnet habe, dann komme ich auf eine Spannungsänderung von 0 Volt auf 0,01244 Volt. Ja, da könnte ich ja sagen, ist ja langweilig. Ich kann auch einfach einen Spannungsteiler nehmen und messe hier dann die Spannung, die hier über diesen DMS abfällt. Und dann werde ich mal gucken. Siehst du, die ist fünfmal so hoch. Geht doch das viel besser. Haha, denkt man. Jetzt kommt der Trick. Solche Dähnungsmessstreifenschaltungen, also die komplette Wheatstone-Brücke, die ist im Allgemeinen auf einem Bauteil integriert. Ich zeige gleich ein Bild davon. Und zwar alle Widerstände auf einem Messstreifen sozusagen. Es können alle vier Messstreifen sein. Es kann auch bloß einer sein. Es ist jetzt egal. Es kann auch zwei sein oder, oder, oder. Und wenn ich diese Gesamtschaltung, die kann ich ja ganz klein, klitzeklein und dünn machen, wenn ich die auf einem Bauteil draufklebe, hier einen Kranhaken zum Beispiel, ja, dann sage ich, okay, dann kann ich aber auch bloß was messen. Aber wir wissen alle, Achtung, hier nochmal auf den Link gucken, Widerstände sind argtemperaturabhängig. Was ist aber, wenn ich sie alle hier draufgeklebt habe? Ja, dann werden sie alle wärmer oder alle kälter. Und dementsprechend ändern sie sich alle im gleichen Maß. Und ich habe die Temperatur, den Temperaturfehler rausgehalten. Das ist ein wirklicher Vorteil bei der gesamten Geschichte, das alles auf eins zu kleben. Hier mal ein Bild aus Wikipedia. So sieht sowas aus. Das ist irgendwie eine Aluminiumoberfläche. Und da wird tatsächlich, hier hat man vorher mit Sandpapier mal die Fläche freigekratzt, denn die Dinger, die werden aufgeklebt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass hier die Dehnungsmessstreifen aufgebracht sind. Einmal horizontal, einmal vertikal. Aha. Man kann also mehrere Richtungen messen. Es gibt noch ganz unterschiedliche Formen, Rosetten und Co. Da kann man die noch gekreuzt und gequer oder sonst was mit Winkeln von 45, von 90 Grad, von sonst was gegeneinander versetzt aufkleben. Und hat dadurch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, irgendwelche Spannungen, also Spannungen meine ich jetzt nicht in Form von elektrischer, sondern Materialspannung zu messen. Das ist der ganze Hintergrund. So werden DMS-Dehnungsmessstreifen eingesetzt. Gut, liebe Leute, ich hoffe, dass das geholfen hat. Ich wünsche euch was Schönes. Und bis später. Tschüss. Gut, liebe Leute. Vielen Dank.